Hallo und Willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich ein Rindergulasch mit Rotwein koche. Zunächst zerteile ich das Bratenstück in relativ große Würfel von vielleicht 5-6 cm Kantenlänge. Hier habe ich ein Stück durchwachsenen, geräucherten Speck, von dem ich die Schwarte abschneide. Anschließend wird es halbiert. Ich verwende nur die Hälfte von dem Stück, den Rest friere ich ein. Die Schwarte und der Speck werden auf der Fettseite bei sehr niedriger Temperatur angebraten. Derweil bereite ich noch meine Gemüse vor. Die geputzte Karotte wird in kleine Stücke geschnitten, ebenso werden zwei Zwiebeln grob zerteilt und zwei große Knoblauchzehen werden gepellt, aber nicht zerdrückt, sondern sie bleiben ganz. Hier habe ich noch einige Kräuter. Zwei Zweige Thymian, einen Zweig Rosmarin, getrocknete Petersilienstängel sowie zwei Lorbeerblätter. Die Kräuter habe ich mit einem Küchengarn zusammengebunden, dann lassen sie sich nach dem Garen einfach und ohne Rückstände entfernen. Ein paar Pfefferkörner werden mit dem Messer grob zerhackt, das alles stelle ich mir schon mal bereit. Die Speckschwarte hat sich durch die Hitze aufgerollt, sie wird mit dem Speckstück aus dem Topf genommen und etwas Rapsöl hineingegeben. Nun brate ich die Fleischstücke bei großer Hitze an. Da das Fett dabei immer spritzt, decke ich das Fleisch mit einem Haushaltstuch ab, es saugt die Fettspritze auf, die Feuchtigkeit kann aber immer noch aus dem Topf entweichen, sodass sich am Topfboden kein Wasser ansammelt. Das Anbraten ist das Wichtigste bei diesem Gericht und sollte mit Ruhe und Geduld durchgeführt werden. Warum, erkläre ich gleich. Beim Anbraten geht es vor allem darum, Röstaromen auf der Oberfläche des Fleisches zu erzeugen. Das geht am besten bei großer Hitze. Es sollte auf keinen Fall vorkommen, dass sich am Topfboden Wasser absetzt. Ist das der Fall, ist die Hitze nicht hoch genug oder es befindet sich zu viel Fleisch im Topf. Wenn man also die Temperatur nicht mehr höher drehen kann, muss man in diesem Fall etwas Fleisch aus dem Topf nehmen. Ich wende die Fleischstücke und brate sie rundum braun an. Sie müssen dabei nicht durchgebraten werden. Das Durchgaren kommt später. Zunächst habe ich nur die Hälfte des Fleisches angebraten. Die fertig angebratenen Stücke werden nach und nach durch die zweite Hälfte ersetzt. Sollte sich noch Feuchtigkeit auf dem rohen Fleisch befinden, tupfe ich es trocken, da zu feuchtes Fleisch schlecht anbrät. Das Fleisch ist fertig und wird aus dem Topf genommen. Die Hitze unter dem sehr heißen Topf wird nun etwas reduziert und es wird wieder etwas Rapsöl dazugegeben, denn nun kommen die Karotten und die Zwiebeln zum Anbraten hinein. Der Knoblauch wird noch zurückgehalten. Auch beim Gemüse geht es wieder darum, Röstaromen zu erzeugen. Die Röstaromen, die beim Anbraten des Fleisches und des Gemüses entstehen, geben der späteren Soße Geschmack und Farbe und je geduldiger man jetzt ist, desto besser das Endergebnis. Das Gemüse wird während des Anbratens hin und wieder gerührt, dann werden zwei Esslöffel Tomatenmark dazugegeben, welches auch noch anschwitzen kann und natürlich darf Salz nicht fehlen. In meiner Schüssel mit dem Fleisch hat sich etwas Bratensaft abgesetzt, welches auch noch zum Gemüse gegeben werden kann. Das Fleisch wird nun zurück in den Behälter gegeben, ebenso das Stück Speck, für das noch ein Plätzchen gemacht werden muss, sowie die Speckschwarte. Erst jetzt werden der Knoblauch und das Gewürzsträußchen oben aufgegeben. Nun wird das Feuer abgestellt, das Anbraten ist fertig, jetzt fängt das Schmoren an. Dazu erhitze ich zunächst in einem Topf pro 500 Gramm Fleisch eine Tasse Rotwein und zwar einen Spätburgunder bzw. Pinot Noir. Dieser Wein passt besonders gut zum Rindfleisch. Ist der Wein heiß geworden, dann ziehe ich meinen Bräter auf die kleinste Flamme meines Herdes und gebe den Rotwein über das Fleisch. Zum Abschluss gebe ich noch etwas Demiglas auf das Fleisch und verteile es. Demiglas kann man fertig kaufen oder es sich aus Knochen selber machen und auf Vorrat einfrieren. Wer partout keines findet, kann es auch weglassen. Das Fleisch wird zum Abschluss noch gesalzen und gepfeffert. Nun kommt der Deckel drauf und das Fleisch wird bei kleinster Stufe schmoren gelassen. Die Hitze wird nicht hochgedreht, auch nicht zu Anfang. So sieht das Fleisch nach einer Stunde aus. Die Hitze hat sich langsam aufgebaut, aber zart ist das Fleisch noch nicht, wie ihr hier sehen könnt. Das Fleisch war noch fest und löste sich nicht vom Zahnstocher. Nach einer weiteren Stunde ist nicht nur die Soße erheblich einreduziert. Das Fleisch ist jetzt ganz zart, wie ihr hier sehen könnt. Der Herd kann abgestellt werden. Das Gewürzsträußchen wird entfernt, ebenso die Schwarte und der Knoblauch, falls man ihn noch findet. Natürlich musste ich auch am Fleisch naschen, es war butterzart. Da das Fleisch besser schmeckt, wenn es durchgezogen ist, habe ich es nun über Nacht stehen lassen. Wer es am gleichen Tag essen will, kann bereits nach einer bis anderthalb Stunden Schmorzeit mit der Vorbereitung der Beilagen beginnen. Da wären zunächst die Kartoffeln, die Karotten und Zwiebeln, die geschält werden. Die Kartoffeln werden aufgesetzt, die Kochzeit beträgt je nach Größe 20 bis 25 Minuten. Die Karotten werden der Länge nach halbiert, ebenso die Zwiebeln. Sie werden zusammen mit etwas Öl in eine Pfanne gegeben, gesalzen und mit etwas Wasser bei sehr niedriger Hitze etwa 20 Minuten gedünstet, natürlich mit Deckel. Das Fleisch lässt sich zusammen mit der Soße sehr gut einfrieren. Was nicht eingefroren wird, wird aus dem Topf genommen, damit die Soße püriert werden kann. Es wäre schade, die Karotten und Zwiebeln aus der Soße zu entfernen, weswegen ich sie mit dem Pürierstab zerkleinere. Das ergibt eine wunderbare Soße. Das Fleisch kommt nun zurück in die Soße. Nun brate ich auch noch ein paar Austernpilze an. Zum Anwärmen gebe ich später auch noch die Speckscheiben dazu. Jetzt ist alles fertig. Es kann gegessen werden. In einen tiefen Teller gebe ich in die Mitte die Kartoffeln. Daneben kommt das Fleisch, die Zwiebeln, die Karotten und der Porree. Natürlich kommt noch etwas Soße auf das Fleisch. Etwaige Lücken dienen als Platzhalter für die Pilze und zum Schluss wird selbstverständlich auch noch die Scheibe Speck auf den Teller gelegt und noch etwas gehackte Petersilie auf die Karotten gegeben. Das Fleisch ist wunderbar zart und harmoniert mit den Karotten, Zwiebeln und Pilzen. Den Porree hätte es nicht unbedingt gebraucht, aber er ist sicher gesund. Die Soße ist würzig und voller Geschmack. Dieses Essen hat einfach alles, was man sich von einem Schmorgericht wünscht. Zu trinken passt natürlich ein Rotwein dazu. Ich hoffe ihr probiert dieses Rindfleisch einmal aus. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung und wie immer guten Appetit.